Achtung, Selbstzerstörung eingeleitet in 5, 4, 3. Das ist echt krass. Guck dir mal die Studie an. Umso hungriger die Leute sind, desto unkonzentrierter fahren die Leute Auto. Ja, aber da kann man doch was machen. Man müsste einen Anschnallgurt erfinden, der das Knurren des Magens erkennt. Und wenn der Magen richtig laut knurrt, dann gibt es einen Gutschein von Burger King. Lass uns das machen. Das ist unser Prototyp. Okay. Magenknurren registriert. Jetzt bringen wir es auf die Straße. Hallo, Ihr Sicherheitsknurr hat starkes Magenknurren registriert. Hallo? Sie erhalten einen Burger King-Gutschein, der diesen Hunger optimal stinkt. Geil! Die rote zunächst Burger King-Drive-In wird berechnet. Wirklich ein bisschen Hunger. Burger King und Six, Carsharing in Lecker. Mega gut. Super. Hammer. Geile Combo. Mega Idee. Die ersten Tests waren ja schon ganz viel Versprechen. Achtung, Selbstzerstörung eingeleitet in 5, 4, 3. Warnung Spaß. Bis der Knut fehlerfrei funktioniert, kann es noch eine Weile dauern. So lange muss aber niemand warten. Jetzt einfach die Six-App downloaden, Six-Carsharing nutzen, Rabattcode erhalten und am Burger King-Drive-In einlösen. Wir wünschen guten Appetit und gute Fahrt. Habist du meine builders heute Glory-In Greene fällt. Wir信 uns viel dagegen.